Was erhoffst du dir, wenn du nach Amerika kommst? Nico Bellig kam aus Osteuropa nach Liberty City, um seiner Vergangenheit zu entkommen. Doch jetzt holt sie ihn wieder ein, in Liberty City, auf der Schattenseite des amerikanischen Traums. I'm the one who survived. Grand Theft Auto 4 – jetzt im Handel für Xbox 360 und Playstation 3. I'm the one who used to play. I'm the one who used to play.